Yo Leute, zurück im Windtempel bei The Minish Cap. Ja Leute, ich hab mal meine Steuerung etwas umgestellt. Ich hoffe das funktioniert. Ich hab jetzt mal die Steuerung von Link auf den Analogstick gelegt. Davor war es auf dem Dicke Kreuz. Mal gucken, ob sich das genauso gut steuern lässt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier rüber. Wow, das war cool. So, ähm, ja, aber läuft sich ganz gut bis jetzt. Ich hoffe auch, das bleibt so. Ansonsten stelle ich es halt wieder um für den nächsten Part. Was soll's? So, hier ist ein Lakitu. Hallo Lakitus. Lakitu, Lakitu, Lakitus, ne? Mit U. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, aber ich glaub schon. Das war gut. Yay. Ähm, okay. Moment. Äh. Ich probier was aus. Kann ich da irgendwo stehen? Ist da irgendwo ein versteckter Boden? Ne. Ich sterb nur grad hardcore. Ähm. Kann ich Anlauf nehmen? Ne, das geht ja gar nicht. Man kann ja gar keine zwei Items ausrüsten. Okay, wie soll ich dann da rüberkommen? Kann mir das einer erzählen? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Das check ich jetzt echt nicht. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ey, Lakitus. Oh, das war blöd. Lakitus, you have to help me, please. I have to fly. I need your Wolke. Und so. Okay, was ist denn das hier für ein Spaß? Da komm ich zurück auf jeden Fall. Okay, was zur Hölle bringt mir das jetzt hier zurückzugehen? Ich muss ja zwangsläufig irgendwo... Okay, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Weil da komm ich ja wieder zurück, wo ich war. Und da komm ich ja wieder ganz zurück, ne? Hä? Wie soll ich denn da rüberkommen? Leute, ich check's nicht. Und meine Herzen sind grad voll am Seag. Ähm, Lakitus, please, gib mir Wolke. Need Wolke, now. Ist hier irgendwo ein Schalter oder sowas? Hä? Ey, die Wolken waren vorher nicht da. Ich komm mir verarscht vor. Ernsthaft, Spiel. Die waren vorher nicht da. Das ist... Das ist wirklich Leute verarscht, oder? Ganz, ganz ehrlich. Die waren davor wirklich nicht da, oder? Wenn die vorher da waren, hab ich die nicht gesehen. Nee, die muss ich... Die waren nicht da. Dummes Spiel. Buggy-Spiel. So. Fragment. Das Spielberg drum, wie unfair. Noch ein Fragment. So, die Frage ist aber jetzt, wo muss ich denn hin? Darüber. Okay. Okay, da geht's auf jeden Fall nochmal höher. Moment. Oder doch nicht? Moment. Moment. Komm ich da höher? Dann muss ich da rüberfliegen. Nee, ich muss da rüberfliegen. Okay. Trooper. Okay, da geht's wahrscheinlich noch höher ins höchste Obergeschoss. Okay. Ich bin mal gespannt, was sich da oben so erwartet. Das dürfte jetzt... Vier. Ja, Obergeschoss vier. Okay. Dann ist das wahrscheinlich... Der letzte... Oh Gott. Der letzte Bereich hier. Danach dürfte dann der Endboss kommen. Und... Und dann würden wir auch irgendwann vielleicht das Element mal kriegen. Ich weiß es ja nicht. So, ist hier noch irgendwas? Hier ist nix mehr. Okay. Ähm. Ich brauch mal dringend Herze. Hab ich eigentlich noch die Fee? Ja, die Fee hab ich noch. Oh Gott. Fuck. Fuck. Wow. Fuck. Pfeil. Pfeil. Macht den. Aber jetzt soll ich da durchkommen, ohne zu sterben. Jeh. Schild. Okay. Achso. Okay, 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 okay. Uah. Zong. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Verstanden aber. So, halb dreiviertels. Stirb. Okay, einer ist tot. Oh, gib mir... Nein, ich will... Herz hat mir echt viel lieber... Ich hab lieber ein Herz gehabt, wie so eine Scheiße. Wow, das war knapp. Das war scheiße knapp. Komm, mach deinen Scheiß hier. Na, komm schon. Na, komm. Na, komm. Ja, werf doch auch, du Honk. Du little Honk. Okay. Scheiße, man. Die waren irgendwie ein bisschen krass. Ich hab noch ein Dreiviertels Herz und da ist der Boss. Okay. Da ist der Boss. Da muss ich hin. Das ist alles mega verwirrend hier. Stirb doch einfach. Ach, du war... Gib mir mal ein Herz. Please. Needs am Herz. Ähm. Irgendwie vielleicht eventuell... Oh, ficken. Ich hab noch ein Viertels Herz. Oh yeah. Oh God. Dass es gut geht. Gib mir doch mal ein Herz. Please. Das ist alles irgendwie ziemlich scheiße. Okay, da ist ein Schalter. Ich kann mich aber nicht zu viert machen. Das geht nicht. The don't geht und so. So, jetzt. Soll ich da rüberspringen? Ich hab Angst. Ja. Ich bin tot. Wow. Okay. Ich hab noch vier Herze. Scheiße. Wie soll das gehen? Ich kann mich doch bloß zu dritt machen. Und das bringt mir jetzt was? Gar nichts. Hä? Kann man da irgendwann einen Krug verschieben oder sowas? Warte mal, warte mal. Warte mal. Das sind Krüge. Ja, 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 ja. Moment. Kann ich den Krug verschieben? Okay, ich kann Krüge verschieben. Okay, alles ist safe. Ich hab's ganz verstanden. So. War alles gar nicht so schwer. Ich hab mich bloß wieder saublöd drangestellt. Yeah. Ta-ta. So. Herz. Oh yeah. I found some Herzen. Äh, okay. Das war, das war cool. Das war cool. Wow. Das sind, das sind Schweine und Magier. Eismagier, okay. Feind some Eismagier. Und some Glücksfragmente. Oh, Herz. Herz. Nein. Fliese. Okay. Fick deine irgendwas. So. Alles läuft ganz cool. So. Das Fragment nehmen wir noch mit. Dann flyen wir da rüber. Und dann hoffe ich, dass ich das Ganze hier, oh, überlebe. Äh, komm mal her. Oder geh mal weg. Oder überlege ich dir. Tschüss. Er ist rüber gesprungen. Okay, lass ihn einfach. Lass ihn einfach in Ruhe. So. Rubits. Äh, Schalter. Okay, hier komme ich an die Ruhe dran. Ja, wie dumm er klitscht sich einfach da durch. Das ist doch, es gibt einfach keinen Sinn. Leute. Verarscht jemand anderen. Wie unfair ist das eigentlich? Wie saunfair war das jetzt eigentlich? Das hat sich da durchgeklitscht und macht mir ganz viel Schadendrecksding. Ich wünsche dir Master Key. So. Ah, Leute. Leute, Leute, Leute. Alles ist cool. Wir haben vier Herze. Wir haben den Master Key. Und, ähm, jetzt heißt es eigentlich bloß noch, den Boss besiegen und nicht dabei sterben. Gucken wir mal, ob das so leicht wird, wie ich das mir denke. Oder hoffe. Oder wie auch immer. Ah, he he. Ich wiederhole mich möglicherweise. Aber ich, äh, leide ein kleines bisschen unter Höhenangst. Na. Anderseits, äh, da unten. Äh, Link. Genau vor deiner Nase. Wagen wir es dennoch. Äh, 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 ja, komm schon. Oh. Oh, wow. Okay. Huhaha. Fuck. Okay, das ist doch nicht das Problem. Wie ging der nochmal? Okay, ich habe keine Ahnung, wie der nochmal ging. Huhaha. Kann ich mal über ihn schumpen? Ähm, ich weiß, dass ich ihn, glaube ich, damals mit dem Pegasus Stiefel gemacht hatte. Ah, fuck you. Okay, ich kann aber irgendwie über ihn drüber jumpen und dann vielleicht mit ein bisschen Glück. Naja. Okay, so scheint es aber auch nicht ganz zu funktionieren. Na komm schon, sei des Todes. Tod. Tod allen unwürdigen, ungläubigen Rotkämpfern. Oh man, er macht eine super Attacke halt. Damit du aufladen musst und. Das ist aber nicht eine super Attacke. Na hey, wie zur Hölle. Was habe ich denn für Items? Ich mache mich jetzt hier mit Lichtpfeil. Okay, es scheint mich nicht so ganz zu interessieren. Oh man, wie geht der? Wie gehst du denn, Kar... Danke, du Arschkeks. Ah, getroffen. Nochmal getroffen, yeah. Okay. Oh man. So, ach, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, diese Stichattacke gemacht. Okay, wenn er sie mal macht. Mach deine Stichattacke. Oder er macht irgendeine Attacke. Dann kann ich von der Seite angreifen. Okay. Okay. Oh, that was easy. Okay. Aber das scheint nicht der Boss gewesen zu sein. Hier ist zwar ein Teleporter. Aber ich habe irgendwie Angst, dass da noch irgendwas kommt. Okay. Okay. Äh, ja, was ist denn das? Äh, was ist denn... Was ist das denn? Dieser Palast ist ja innen... Äh, ja noch größer. Nein. Jetzt nicht abschrecken lassen. Nur noch ein kleines Stückchen linken. Äh, okay. Sag bloß, jetzt fangt erst der richtige Dungeon an. Ne, das ist immer noch Etage 1. Okay. Gib mir mal, please, ein paar Hearts. I like Hearts. I like Hearts. So. Danke. Danke. Oh, ihr seid so gut zu mir. Ihr seid so gut zu mir. So. Was haben wir denn hier? Kompass. WTF. Sag bloß, das geht jetzt wirklich noch normal weiter, der Dungeon. Oh, fuck. Alter, der Dungeon geht ja irgendwie ohne Scheiß noch ein bisschen. Länger. Ich hab gedacht, der ist vielleicht jetzt gleich vorbei und so. Und nö. Arschlecken, der geht einfach nochmal ganz krass weiter jetzt. Stirbe. Ich kann sie verbrennen. Oder, eh, eh, eh ist. Okay. Wo ist das Fiek? Komm mal her hier, viel, viel, vieler. Ich muss euch alle mal töten. Hier geht man mich vollkommen auf den Sack. So, was haben wir hier? Eine offene Truhe, wo ich schon drin war. Okay, cool. Wadhamadan. Was haben wir denn hier? Da oben ist auch noch eine Truhe. Da ist garantiert sowas drin wie ein Key oder sowas. Keine Ahnung. Warum renne ich in die Stacheln rein? Ich Orchse. Ich Orchse. Ich bin ein kleiner Orchse. So. Äh. Gehen wir mal einfach da hin. So. Die Frage ist jetzt. Uah. Wo zur Hölle will ich denn eigentlich hin? Da war ich doch schon überall. Oder war ich hier noch nicht? Ich habe keinerlei Ahnung. Es ist alles so verbierend hier gerade. Und tschüss. Gehen wir mal einfach mal runter. Ah. Guck mal da. Ich habe ein Key. Gibt es noch einen anderen Weg? Oder gibt es bloß den einen Weg hoch? Ach. Oh ja. Genau. Gib mir hier mal ganz viele Herze. Das ist eigentlich eine voll gute Idee. Sich hier mal ein bisschen hoch zu machen mit Herzen. So. Ähm. Hier war auch noch ein... Nee. Hier war kein Weg. Na. Also das da rechts ist der einzige... Ach. Verkackt. Ist der einzige Weg. Oder wie sehe ich das? Hier sehe ich das richtig. Ja. Da oben ist kein Weg mehr. Da ist nirgends mal ein Weg. 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 Okay. Da unten ist der einzige Weg. Weg. Dann gehen wir halt einen Weg, den man den Weg wegst. Ich sage so oft Weg, ne? Weg ist voll das schöne Wort. Ähm. Da oben ging es aber glaube ich nicht weiter, ne? Da war glaube ich zu, ne? Ja. Da war zu. Da kommen wir nicht mehr weiter. Dann gehen wir mal da runter. Weil die Skelette sind ja auch kein Problem. So. Den ignorieren wir einfach und gehen einfach mal da lang. Da haben wir einfach nur Rubies. Da kann ich jetzt auch lang. Okay. What the fuck. Achso. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber das machen wir erst später. Ich gehe jetzt mal da rein und gucke mal. Ich gehe jetzt mal da rein und gucke mal, was da so ist. Äh. Gib mir mal. Gib mir mal. Gib mir mal den Greifmantel. Das sieht irgendwie alles nicht so cool aus hier. Ah. Moment. Moment. Was ist hier los? Oh Gott. Oh Gott. Das war scheiße. Das war scheiße. Geh mal weg, du Vieh. Du, du, du. Du siehst so böse aus. Aber jetzt scheine ich zu packen. Jetzt bocke ich. Jetzt muss ich da hin. Und jetzt muss ich, weiß ich nicht wohin. Da hin vielleicht. Keine Ahnung. Okay. Ah. Na toll. Na. Naja, Leute. Ich würde sagen, der Part ist auch wieder vorbei für heute. Ähm. Aber ja. Der Tempel scheint noch ein bisschen größer zu sein als anfangs gedacht. Deswegen bin ich ja mal gespannt, was hier noch alles auf uns zukommt. Ich hab Angst und so. Also. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Und, äh. Schausen. Ne.